Mein Name ist Daniel Voss, ich leite hier die Elektromotoren-Wickelei seit 2015 bei Roma Pumpen und stehe hier vor unserer neuesten Investition, dem Wickeleinziehzentrum von RISOMAT. Also die Maschine ist in der Lage, Baugrößen bis 160, das heißt 40 kW umgerechnet, vollautomatisiert herzustellen. Dadurch, dass diese Maschine vollautomatisiert verkettet hintereinander die Prozesse ablaufen lassen kann, sparen wir so viel Zeit, dass wir vorher 400 Minuten für einen 40 kW Motor gebraucht haben, jetzt nur noch 16 Minuten. Durch den hohen Automatisierungsgrad des Wickeleinziehzentrums ist es uns möglich, die Qualität sehr hoch zu halten und natürlich auch die, was der Markt und der Kunde fordert, die Effizienz zu steigern der Motoren, das heißt also höhere Füllgrade einzuziehen, zu wickeln und die Wickelkopfabmessung klein zu halten, die Motoren stark zu verdichten und Teilentladungsfestigkeiten zu erreichen, die wir sonst nicht hinbekommen haben. Ja und wenn man dann so beobachtet, wenn man hier nach der Schicht die Halle verlässt und die Spätschicht arbeitet noch weiter hier an der Maschine und man kommt am nächsten Morgen hier in die Halle und sieht, was in der Spätschicht hier geschafft wurde, also der Output ist von der Maschine wirklich der Wahnsinn und da sind wir auch lange noch nicht am Ende. Also die Investition hier am Standort in diese Maschine sichert nicht nur unsere Zukunft, sondern auch die steigenden Anforderungen am Markt.